Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen. Wir sind Forever Games, Doma und Jenny, das Original und wir haben uns überlegt, dass wir euch heute eine Podcast-Folge aufnehmen und zwar werden wir oft gefragt, wer seid ihr eigentlich, was macht ihr eigentlich und wie seid ihr eigentlich zu eurem Beruf gekommen. Und deswegen haben wir gedacht, nehmen wir euch einfach hier einen Podcast auf, dann könnt ihr euch die Fragen zukünftig beantworten, indem ihr diesen Podcast anhört. Wer will starten? Nochmal von mir auch einen wundervollen Nachmittag oder je nachdem, wann ihr hier einschaltet und das hier seht, fühlt euch gegrüßt, der Name Doma. So, und ich denke mal, da du schon den ganzen Elan hier mit reingebracht hast, startest du direkt für die erste eigene Frage, ich weiß es gar nicht. Was hast du vorbereitet überhaupt? Also, ja, ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Jenny, ich bin 40 Jahre alt, komme aus Rheinland-Pfalz und ja, über meine, also um einfach mal meine Geschichte zu untermauern und wie das alles entstanden ist, einfach mal so, was habe ich gemacht vorher? Ich bin ganz normal zur Hauptschule gegangen, habe meine Mittlereife da gemacht, habe eine Ausbildung zur Verkäuferin und Kaufraumeinzelhandel im Textilbereich gemacht. Das war mir nicht genug und ich bin dann irgendwann auf meinen Chef zu, also ich war nach der Ausbildung quasi Abteilungsverantwortliche, bin dann auf meinen Chef zu und habe ihn gefragt, was könnte ich noch machen, um mich noch weiterzuentwickeln. Damals war ich noch Junge, 21 und dann hat er zu mir gesagt, ja, also sie sind liiert, Frau Armbrust und ich denke, sie werden heiraten und Kinder bekommen. Das hat mir in dem Moment nicht gereicht, deswegen habe ich mich entschlossen, mein Pfarrerabitur auf der Abendschule nachzuholen, dann mein Betriebswirtschaftsstudium zu machen, also ich bin Bachelor auf Arzt Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing und nichtsdestotrotz hatte ich schon immer eine richtige Leidenschaft für den Handel und für den Vertrieb, also wenn es richtig stressig wird, so in den Saisonzeiten wie Ostern oder Weihnachten, dann habe ich da richtig Spaß dran und dachte, ich will auf jeden Fall nach dem Studium zurück in den Handel, obwohl meine Eltern das gar nicht verstehen konnten, weil die gesagt haben, wie kann man samstags freiwillig arbeiten wollen, aber mir hat es gefallen und somit bin ich während dem Studium schon mal zurück, quasi in den Lebensmitteleinzelhandel und habe dort an der Kasse gearbeitet, habe dann dort ein Trainee-Programm gestartet, war dann nach einem Jahr Filialeiter und ich glaube nach zwei Jahren, ich bin mir gar nicht mehr sicher, Verkaufsleiter mit, ja, zu Spitzenzeiten acht Filialen, manchmal auch fünf Filialen, mit an die 800 Mitarbeiter und mein Job war es einfach, Führungskräfte zu entwickeln und es hat mir auch viel Spaß gemacht. Der Haken an der Sache war, dass man einfach viel Zeit in dem Job investiert hat, vor allem ich bin als junge Frau, also damals als erster Trainee, befördert worden. Natürlich, ja, gibt es, ich sage immer, je höher man geht, desto mehr Leider gibt es und es ist natürlich nicht immer auf Belieben gestoßen, dann natürlich als Frau in einer harten Branche, wo natürlich viele meiner Mitarbeiter doppelt so alt waren wie ich, vielleicht nicht ganz doppelt so alt, aber schon 50 plus kann man sagen und das als Frau war natürlich nicht immer easy und ich habe es trotzdem sehr gut gemeistert, aber man hat, wie soll ich sagen, also je höher die Position geht, desto höher steht man einfach immer mit einem Bein im Grab, nenne ich es mal und der Tag X kommt oder man wartet prinzipiell manchmal auf den Tag X, wann die Nase vielleicht nimmer passt und vielleicht der neue Chef oder der Chef, den man hat, einfach sagt, nee, wir wollen das anders oder wir wollen mit dir nicht mehr zusammenarbeiten. Leider ist es so, dass das im Handel wirklich immer so ein begleitendes, sage ich mal, etwas ist, ab der Position kann man sagen, auf jeden Fall Filialeiter. Genau, also bis dahin mal soweit und das war schon mal ein Beweggrund, warum man sich quasi oder warum ich mir gedacht habe, es ist wirklich sinnvoll, sich ein zweites Standbein aufzubauen, aber ich bin so gar nicht dazu gekommen, also soweit habe ich damals noch gar nicht gedacht, das war dann später irgendwann, aber ich würde sagen, der Dommer kann ja auch erst mal kurz seine Story erzählen. So, einmal das Mikrofon rüber zu mir, ich heiße Dommergoy, oder einfach nur Dommer, 37 Jahre alt, zum jetzigen Zeitpunkt, ein 86er Baujahr, was soll ich sagen zu meinem Lebenslauf, nach der Grundschule, Hauptschulempfehlung, ganz klassisch, ja, nichts gemacht, was heißt nichts gemacht, das war halt einfach so, war viel krank in der Grundschule, auf der Hauptschule meine mittlere Reife gemacht, dann war ich auf der Berufsschule, auf der weiterführenden Berufsschule, habe dort mein Fachabitur gemacht, war dann studieren, haben uns auch im Studium kennengelernt in Worms, hatte noch und nöcher Nebenjobs in der Brauerei, damals auch schon im Lebensmitteleinzelhandel und das war dann halt eben auch der Karriereweg, den ich eingeschlagen habe oder die Karriereleiter, die ich gegangen bin, angefangen von der Inventuraushilfe bis hin zur Projektleitung, Filialleitung und, 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 weil viele Leute denken, wir haben uns beim ehemaligen Arbeitgeber hier kennengelernt, nein, das war im Studium in Worms, damals Betriebs- und Außenwirtschaft und ja, aktuell studiere ich noch Social Media nebenher, zum aktuellen Zeitpunkt natürlich, weil es mehr als Sinn macht in der heutigen Zeit. Klar, es ist kein Job, in dem du was produzierst, sondern halt eben einfach, wo du dein Know-how nimmst, in die Hand packst und halt eben schaust, was kannst du halt eben mit den gegebenen Mittelmaßnahmen machen, um dein Geschäft voranzubringen. Deswegen passt auch halt eben hervorragend in unser Geschäft im MLM. Genau. Wie geht es denn weiter? Beweggründe, warum? Du hast ja schon gesagt, viel gearbeitet. Viele Stunden gelassen im Einzelhandel und das ist halt eben der größte, also ich glaube, der größte Trigger, dass man seine Familie nicht sieht, zu viel Arbeit, zu viel Platz, zu viel Zeit auf dem Arbeitsplatz verbringt und dementsprechend sich halt eben auch ein Stück weit selber verliert irgendwann. Ja, weil du rennst von Termin zu Termin, guckst, ey, kann ich überhaupt auf den Geburtstag, kann ich auf den Geburtstag von meiner Mama, vom Papa, von Großmutter, Oma, vom Opa, wie auch immer. Und im Endeffekt geht es immer darum, wie viel muss dein Umfeld quasi sich einschränken, damit du hin und auch hineinpasst. Das kann halt eben nicht sein. Du musst dich halt eben auch einbringen und nicht nur schauen, dass du an zwei Terminen im Jahr Zeit hast. Das Leben geht vorbei und was hast du davon gehabt? Gar nichts. Ja, aber wie ging es denn eigentlich los und wie sind wir denn zu unserer Partnerfirma Forever Living Products gekommen? Also ganz klassisch über das Thema Produkt und zwar, seit ich denken kann, habe ich das Thema Gewichtsmanagement als mein Thema. Und zwar habe ich wirklich schon sämtliche Diäten hinter mich gebracht, mehr oder weniger erfolgreich, also vom Punktezählen bis hin zum, wie hieß das nochmal, mit so einem bekannten Personal Trainer, gab es da auch so eine Art Ernährungs- oder Diätform, wie auch immer man das nennen mag, Low Carb. Also im Prinzip alles, was es so gegeben hat, hatte ich schon probiert. Es hat auch immer alles geholfen, aber es hat immer wieder zu einer Gewichtszunahme geführt. Und 2017 war ich einfach wieder an so einem Punkt, wenn man sich vorstellt, ich war im Außendienst tätig, immer mit einem Auto von Filiale zu Filiale. Also was bekommt man zum Essen, also fast den ganzen Tag nichts, dann vielleicht erst abends, dann will man natürlich sich was Schnelles machen oder eben an der Tankstelle mal ein Brötchen oder beim Bäcker in der Vorkassenzone. Und dementsprechend, ja, habe ich es nichtsdestotrotz auch ein Jahr probiert gehabt mit dem Thema Low Carb, also wirklich komplett 2016, aber ich habe sage und schreibe in einem Jahr drei Kilo geschafft runterzubekommen und das war's. Also ich war wirklich unzufrieden und auf der Suche nach was Neuem und habe aber für mich gesagt, das ist jetzt das Letzte, was ich probiere. Wenn das nicht funktioniert, dann ist es eben, wie es ist. Wie der Zufall will, wollte ich eigentlich meinen Facebook-Account löschen, weil meine Kollegin mich überredet hat, zu Instagram zu gehen. Und ich habe gesagt, ich nutze schon Facebook nicht. Dann lösche ich Facebook, wenn ich dieses Instagram mache. Und wir waren aber im Urlaub in Kroatien und irgendwie habe ich es doch nicht gelöscht und habe dann bei einer ehemaligen Arbeitskollegin ein Video gesehen, wo sie ein Körperreinigungsprogramm gemacht hat. Also sie war, glaube ich, am ersten oder zweiten Tag und hat via live erzählt, was sie da macht. Also erstmal habe ich gedacht, also jetzt hat sie totalen Verstand verloren, dass die sich da hinsetzt und das erzählt. Aber irgendwie wusste ich, dass auch sie schon viel ausprobiert hat, auch viel immer schon abgenommen hatte, aber auch immer wieder den Jojo-Effekt hatte. Und irgendwie hat es mich nicht losgelassen. Und irgendwann waren wir wieder zu Hause und dann dachte ich, komm, schreib der einfach mal, frag sie einfach mal, was sie macht. Und sie hat mir dann berichtet von einer neuen Tage Darmreinigung auf Basis von der Aloe Vera. Sie hat gesagt, sie weiß selber noch nicht, weil sie macht das selber das erste Mal jetzt. Aber es ist ganz gut, hat mir das so erklärt. Und ich war so scharf da drauf, dass ich gesagt habe, ey, schick mir das zu. Ich muss noch dazu sagen, wir hatten zu dem Zeitpunkt zwei Wohnsitze. Das hatten wir über acht Jahre, also in den neuen Bundesländern. Also wir sind zweimal die Woche 500 Kilometer gefahren. Und ich habe mir das wirklich dorthin schicken lassen, weil die Bekannte wohnt hier in Rheinland-Pfalz, sage ich mal. Und ich wollte das aber so unbedingt machen, dass ich mir das habe dorthin schicken lassen, verpackt, dass keiner sieht, was es ist. Und habe dann meinem Mann gesagt, überweis mal bitte, ich glaube zu dem Zeitpunkt, ich weiß es nicht mal, 140 Euro. Und er dann, wieso? Und dann habe ich gesagt, ja, ich will da jetzt so eine Dame kommen. Bist du verrückt? Und hier eine Dame-Kur? Man muss halt eben sagen, die Jenny ist immer prädestiniert, zu einem Jahr zu sagen, also zum damaligen Zeitpunkt auf jeden Fall, wo auch ein schneller Erfolg zu erhaschen ist. Das war halt eben auch das Ding, wo sie dann gesagt hat, das ist das Letzte, was ich dann mache. Es ist nicht das erste oder letzte Mal, dass sie sagt, mache mal. Also so viel dazu, ehrlich mal. Ja, auf jeden Fall. Es hat zu Diskussionen geführt. Also er war nicht begeistert davon. Hat das Ganze auch so ein bisschen verspottet. Aber nichtsdestotrotz, ich habe natürlich meinen Kopf durchgesetzt, habe die Kiste bestellt und habe angefangen und habe das zu einem Zeitpunkt gemacht, wo hier in der Pfalz bei uns, quasi in dem Dorf, wo ich herkomme, Weinfest war und habe dann am Weinfest eben nichts getrunken und war da mit meiner Wasserflasche unterwegs. Und die Leute waren total geschockt und haben mich für verrückt erklärt. Letzten Endes aber nach den neun Tagen waren es bei mir 6,7 Kilo weniger. Ich konnte es überhaupt nicht fassen, weil ich hatte bei jeder anderen, sage ich mal, Diät, hatte ich ein halbes, vielleicht am Anfang, wenn das Wasser weggegangen ist, ein bis zwei Kilo. Aber so viel, das hatte ich noch nie erlebt. Ich war so begeistert, ich wollte unbedingt weitermachen. Durch das Ergebnis waren alle die, die dagegen waren und gelacht haben, auch begeistert, inklusive meinem Mann, der zwar immer noch kritisch war, aber ich habe gesagt, komm, probier es mal, weil er hat auch ein Thema mit der Haut. Ganz kurz, warum der Dommer immer so kritisch ist, ich mag das Ganze gehypenet, wenn man irgendwie wie ein Motivationscoach durch eine Halle rennt. Also keep it simple, keep it low und vor allem low key und übertreib mit Sachen. Das mag ich überhaupt nicht. Auf jeden Fall, er hat auch Probleme. Was heißt halt Probleme? Also er hat Schuppenflechte. Ja, das ist ein Problem. Ja, es ist ein Problem, aber auf jeden Fall hieß es auch immer, für Schuppenflechte ist Aloe gut, er war austherapiert und letzten Endes habe ich gesagt, komm, probier das doch einfach mal. Moment mal, ich war ja letztes Jahr wieder zur Kontrolle. Austherapiert, also der letzte Schritt, den ich noch machen könnte, wäre diese Biologikatherapie, wo man sich schöne Spitze setzt. Zu einem ist die Arsch teuer, klar, die musst du selber nicht bezahlen, aber ich glaube, die kurze Rundebau im Monat ist 12.000 Euro. Läuft über die Kasse. Aber das Ding ist, das geht massiv auf die Organe, vor allem massiv auf die Leber. Deswegen musst du gucken, dass du top fit bist, dass du top Leberwerte hast, Blutwerte, Pipapo. Und wer will sich dann freiwillig sowas geben? Und man muss dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt, wo er hätte, also wo einfach diese Spritze auch im Raum stand, waren seine Leberwerte nicht gut. Deswegen habe ich auch dann wieder das Argument gehabt, guck mal, vielleicht sind deine Leberwerte danach auch besser, dann kannst du ja diese Spritze nehmen. Auch eine lustige Anekdote zu dem Ganzen. Als ich mir die Leber untersuchen lassen müssen, mit dem Ultraschall und Blutwerte, da hat der Doc gesagt, ob ich Alkoholiker bin und warum ich denn meine so komische, also ich hatte eine angehende Fettleber, ne, und das bekommst du meistens entweder durch die ungesunde Ernährung oder halt eben durch den Alkohol. Aber da habe ich, ich habe sporadisch mal getrunken, ne, und das war halt eben der Wink mit dem Zaunfall, dass man doch was machen sollte. Wir haben auf jeden Fall erfolgreich was gemacht und haben dann nicht nur es belassen bei den neuen Tagen, sondern sind dann auch weitergegangen und haben wirklich erfolgreich unser Gewicht reduziert. Bei mir waren es 16 Kilo, glaube ich. Bei dir weiß ich gar nicht mehr. Mehr? Das war ein Erdrutsch. Ich hatte ja, kann man mal so sagen, hier über 140 Kilo, ne, 142, als man mit dem Ganzen angefangen hat. 20 Kilo, mehr als 20 Kilo hattest du dann weniger. Ja, 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 ja. Ist ja auch egal und er hatte wirklich Erfolg mit der Haut. Also natürlich, wer Schuppenflechte hat, weiß, es ist natürlich auch ein psychisches Thema und je mehr Stress man hat, dann können natürlich wieder Schübe entstehen, aber nichtsdestotrotz hat er seine Haut besser im Griff bekommen wie vorher. Zum Teil ist er auch wirklich frei davon. Also, je nachdem, wie das Stresslevel ist und ja, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber warum seht ihr jetzt hier so voluminös aus, will ich auch mal was dazu sagen. Also, wir haben es wirklich geschafft. Moment mal, aus dem Flugzeug sind wir wieder voll schlank, ne? Also, wenn man das von oben betrachtet. Also, wir haben es wirklich geschafft, über fünf Jahre, meine ich, unser Gewicht zu halten. Also, es ist für mich nach wie vor das Beste, was es gibt, weil ich mit der Ernährungsumstellung, die man da durchmacht, also die Ernährungsumstellung hat einfach zu uns gepasst. Man kann alles essen, man muss auf nichts verzichten, ersetzt eben mit gesunden Zutaten, also sprich, anstatt Weizen nimmt man Vollkorn oder Dinkelmehl, Nudeln oder Mehl oder generell, also es sind so ein paar Eckpunkte, die man beachten muss und für uns hat es gepasst und wir haben das gehalten, aber leider Gottes ist es so, vor zwei Jahren war es so, dass ich schwere Medikamente nehmen musste und habe mir regelrecht, kann man sagen, das kurweise das Gewicht draufgepumpt. Sehr frustrierend war, dass man eigentlich durch die Medikamente keinen Hunger hatte, aber trotzdem sehr rasant an Gewicht zugenommen hat. Nichtsdestotrotz, in den Pausen bin ich immer wieder dabei mit unserer Reinigung und bin da auch froh drum, weil sonst wäre es wahrscheinlich noch mehr, nicht wahrscheinlich, es wäre sonst noch mehr Gewicht und ich weiß, dass ich ja auf jeden Fall ein Konzept habe, wie ich von dem Ganzen wieder runterkomme, wenn das Thema mit den Medikamenten erledigt ist. Dann muss man auch dazu sagen, es gibt noch einen wichtigen Aspekt, jeder, der mal geraucht hat und aufgehört hat, weiß, es kann dann natürlich auch zur Gewichtszunahme kommen. Also so viel dazu, aber wie gesagt, wir wissen einfach, dass das Konzept für uns funktioniert und dass wir somit wirklich Erfolg hatten. Das Thema ist ja auch nochmal, Thema Medikamente, bei mir ist ja auch noch das riesengroße Schwert, was drüber hängt über dem Kopf, auch die Thematik mit dem Rücken, Rückenschmerzen, ich hätte eine Zeit lang Kortison nehmen müssen, andere Medikamente, das soll jetzt kein Sammler Sodium an Ausreden sein, bloß es halt eben, das sind Nebenwirkungen, ja, dein Stoffwechsel wird komplett rausgeschallert, ja, du musst die Lebensmittel nur anschauen, nimmst schon zu, klar, führen dann noch Ernährungsweisen dazu, dass du dich halt eben ja immer mehr aufplusterst, da müssen wir uns auch nichts vormachen, weil dann war irgendwann halt eben nicht mehr Kalorienzählen angesagt oder ich tausche dieses Produkt gegen dieses Produkt, damit das irgendwie funktioniert, nee, dann hast du einfach irgendwann nur gefressen, ja, muss man mal eben so sagen, weil, immer warst du nur noch gefrustet, ja, also ich hatte permanent Schmerzen, ich habe vor einiger Zeit, ich glaube, war das so den Daily Vlogs oder Christmas Vlogs, dann habe ich mal aufgenommen, ähm, seit meiner letzten Behandlung beim Physiotherapeuten, dass ich schmerzfrei bin, ich habe wirklich keine Schmerzen mehr im Rücken und das auch ohne Medikamente, ne, nur weil der mich so zack, 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 einmal wie die Hero Turtles einmal durchgekredet hat, ne, beziehungsweise eingelenkt hatte, ähm, ja, aber wir wissen, wie man es macht, ja, was man erreichen kann und, ähm, zurück zu alten Stärken. Ja, letzten Endes kann man nur sagen, jeder, der krank ist, hat nur einen Wunsch, gesund sein und das ist wirklich Phase und, ähm, da gibt es noch einen ganz anderen Spruch, den ich hier ganz oft höre, ähm, da taugt die beste Krankheit nix, ne? Ja, das stimmt und, ähm, ich denke, ja, es gibt einfach, das werden, ihr wissen, es gibt verschiedene Medikamente, da nimmt man einfach zu und ich denke, man sieht es den Leuten auch an, ob das medikamentös ist oder nicht. Aber egal, das Gesicht ist ja aufgeblose, ne? Darum soll es jetzt auch nicht, äh, unbedingt gehen, sondern einfach nur, wie sind wir dazu gekommen? Auf jeden Fall, wie gesagt, viele Leute waren begeistert, haben die Erfolge bei uns gesehen, wollten das Ganze auch und ohne wirklich, äh, mit dem Business starten zu wollen, war es einfach so, dass ich gesagt habe, Leute, ich bin nur zweimal die Woche da, ich fahre tausend, zweitausend Kilometer die Woche, einfach nur von A nach B zu kommen, ich kann nicht für euch hier Zeug bestellen und irgendwelche Kisten durch die Gegend karren, das ist nicht meine Aufgabe, dafür habe ich keine Zeit, wenn ihr wollt, meldet euch einfach an und habt den Link verschickt, wo man sich an, also der mir zugeschickt wurde, ne? Wie man sich quasi anmelden kann und dann haben wir innerhalb von, ich glaube, zwei Monaten schon so eine kleinere Position, also so die erste, größere, nenne ich sie mal, Marketingposition erreicht gehabt und dann habe ich gedacht, okay, komisch, jetzt will ich mir das mal anhören und habe einfach während der Autofahrt, ich bin immer morgens um drei losgefahren, da hat eh keiner Zeit gehabt zum Telefonieren und da habe ich einfach bei YouTube mal eingegeben, zur Firma, welche Leute da arbeiten und habe mir Verschiedenes angehört und mich hat so gecatcht, dass einfach die Leute, die da waren, schon, so wie ich, im Berufsleben erfolgreich waren, also der eine war zum Beispiel Europa-Vertriebsleiter für einen Sportartikelhersteller oder der andere auch Verkaufsleiter im Baumarkt, dann gab es einen, der hat Startup-Unternehmen begleitet, also wirklich verschiedene Geschichten, verschiedene Branchen, aber die Leute haben nichtsdestotrotz gesagt, sie möchten bei Forever im Network starten und das war so ein Punkt, wo mich gecatcht hatte, weil ich dachte, okay, das sind alles Leute wie ich, die schon erfolgreich in ihrem Leben sind, wo es nicht darum geht, unbedingt mehr Geld zu verdienen, warum machen die das und dann wollte ich es einfach wissen und dann kam die nächste Hürde, ich musste ja meinen Mann davon überzeugen, weil ich wusste, wenn können wir das nur zusammen machen, weil wir haben sowieso schon wenig Zeit und wenn dann ich noch darum tingle und er nicht mit dem Boot ist, dann wird es wirklich schwierig und somit habe ich ihn berieselt bei einer Autofahrt von, ich erinnere mich, glaube ich, von hier nach München. Ich bin in die Schweiz gefahren. Oder in die Schweiz, ich weiß es nicht mehr. Kann sein, irgendwo hin sind wir gefahren und habe ihm sämtliche Aufnahmen, die ich hatte, 20 Stunden Dauer berieselt. Ja, von Storys, von Business Days und von Speakern habe ich ihn einfach von der Firma berieselt, bis er gesagt hat, okay, wir probieren es. Und für mich in dem Moment war einfach nur, ich wollte wissen, warum machen das Leute, die schon erfolgreich im Leben sind, wieso wollen die bei der Firma sein? Das war für mich so das erste Warum und ich wollte mir einfach beweisen, dass ich es auch aus eigener Kraft schaffe, etwas zu erreichen. Und wir sind dann im Oktober 2017, kann man sagen, mit dem Business gestartet und im Dezember 2017. Ja, auf jeden Fall, im Dezember hatten wir dann schon die erste große Stufe im Marketingplan erreicht und Doma kam im Januar hinterher und somit waren wir on board mit Forever. Und das schon seit sieben Jahren. Wie gesagt, als zweites Standbein, natürlich bei dem Pensum, wo wir gearbeitet haben, war es, sage ich mal... War doch echt nicht mehr normal, so viel zu arbeiten, oder? Nee, also... Dann hat sich das doch immer schön geredet. Ja, aber... Ja, also wir konnten natürlich nicht all in damit gehen. Wir haben das Bissl, das Bissl, Freizeit, was wir hatten für das Business investiert, aber mehr als acht Stunden in der Woche war definitiv nicht möglich. Man muss dazu sagen, wir haben, ich habe noch eine weitere Stufe erreicht, auch noch ein anderes Programm mitunter erreicht, was man hiermit erreichen kann. Und das Warum allerdings hat sich in den Jahren immer mehr und immer mehr geändert, muss ich bei mir sagen. Also von diesem anfänglichen, ich will es mal probieren, ob ich es schaffe und dann mir selbst beweisen, ob ich es kann, einfach bis hin zu verschiedensten Themen. Also wenn ich alleine an die Pandemie denke, war ich super froh, dass wir das kennengelernt hatten, weil, ich sage mal so, zu dem Zeitpunkt, ich immer noch am Reisen wirklich auch mehrmals dann nochmal die Wohnung wechseln musste und Doma konnte einfach mit mir mitgehen und konnte das Business arbeiten, Laptop zu und mitkommen, obwohl Lockdown war und sonst was. Also es war einfach möglich zu arbeiten, ortsunabhängig, und das war so viel wert. Einfach Themen wie, dass man freie Zeiteinteilung hat, man kann sich einteilen, wie man arbeitet, wo man arbeitet, also wirklich die Warums haben sich verändert. Ich muss dazu sagen, leider Gottes, vor zwei Jahren ist Domas Mama verstorben, vor einem Jahr ist meine Oma verstorben und ich bin wirklich heilfroh, dass wir noch so viel Zeit mit beiden verbringen konnten, weil es einfach möglich war, weil wir von zu Hause aus arbeiten und uns die Zeit einteilen können. Meistens arbeiten wir abends, da ist dann eh schon das ganze Familiengeschehen vorbei, außer am Wochenende, da arbeiten wir dann eh morgens und mittags, also von daher, oder auch gar nicht. Da fällt mir ein, der klasse Spruch von dem, ist er noch Trigema-Chef oder hat das schon an seinen Sohn übergeben, ich weiß nicht, oder an irgendeinen Nachfolger, der hat immer gesagt, jetzt auch nach der Pandemie, der hat gesagt, wenn du im Homeoffice arbeiten kannst, dann bist du nicht wichtig genug für die Firma. Das ist halt kompletter Schwachsinn, wenn du doch von zu Hause, du hast doch hier deine Arbeitsumgebung, du bist online unterwegs, kannst aber auch offline arbeiten mit den Menschen direkt vor Ort, und bist ja darauf fixiert, in eine fucking Firma zu fahren, Verzeihung, ja, über 100 Kilometer einfach, oder in unserem Fall, wo wir dann 500, 600 Kilometer haben fahren müssen, um dann produktiv zu sein, nur weil du von zu Hause aus nicht wichtig genug bist. Das ist totaler Bullshit. Ich denke immer, das ist halt auch das Ding, was nicht nur unsere Firma auszeichnet, oder das ganze Konzept erinnert, dass es schon zukunftsträchtig ist, ja, du kannst es von zu Hause aus betreiben, ohne das Haus verlassen zu müssen. Also ich muss dazu sagen, ich habe ja sehr viel mit Einstellungen auch zu tun gehabt, in meinem alten Job, und es hat schon vor sechs Jahren angefangen, wenn die, sage ich mal, Bewerber, die neuen Azubis, BA-Studenten, oder Trainees, da saßen im Vorstellungsgespräch, beziehungsweise im Assessment Center, und dann, deren Fragen waren, wie viel Urlaub hat man, keine Ahnung, bekommt man ein Laptop dazu, das waren Fragen, hätte ich die damals bei meiner Einstellung gestellt, dann wäre ich niemals eingestellt worden. Also die Zeiten haben sich geändert, und die Unternehmen müssen sich ändern, weil die Leute sind nicht mehr bereit dazu, von früh bis spät zu arbeiten, und auch von A nach B umzuziehen, und ihr Privatleben zu verändern. Also das Wichtigste ist dieses Thema Work-Life-Balance für die Jugend, und nicht nur das, viele wollen einfach wirklich um die Welt reisen. Also ich kenne so viele junge Menschen, die den Traum haben, oder es auch tun, sich einen Camper zu kaufen, oder einen Bus, den umbauen, und einfach durch die Welt ziehen, und wollen von unterwegs aus arbeiten. Und für die Leute ist auch vielleicht nicht mehr wichtig, wie es in unserer Generation vielleicht war, ja, man hat den Traum von einem eigenen Haus, von, was weiß ich, einem Ferrari, von einem Pferd, von keiner Ahnung, sondern für die Leute ist Lebensqualität wichtig. Für die ist wichtig, dass sie einfach die Welt sehen, dass sie viel Zeit mit ihren Kindern verbringen können, also die haben andere Werte, die Generationen, die hinterher kommen, und die Firmen müssen sich einfach ändern, weil ansonsten bleibt der Nachwuchs aus, und wir wissen alle, die Boom-Generation geht bald in Rente, und schon da gibt es einfach Probleme, dass keine Qualität mehr nachkommt, oder keiner mehr so gut, also es geht so viel Know-how verloren, und es sind gar keine, ja, und es sind aber keine qualifizierten Leute da, die in der Lage wären, den Job so auszuführen, oder überhaupt annähernd dahin zu kommen, wie die Generation, und außerdem haben wir sowieso zu wenig Nachwuchs, und das sind alles Themen. Also ich denke, dass wir zu wenig Nachwuchs haben, das ist auch wieder so etwas politisches, denke ich, dass einfach da nicht rein investiert wird, in den Nachwuchs, schon, aber wenn ich so nachdenke, über unseren Bekanntenkreis, haben nicht so wirklich viele Kinder, und wenn Kinder ein Kind. Ja, das Kinderkriegen in Deutschland wurde ja auch madisch gemacht, ne? Ja, das meine ich halt mit Nachwuchs, die nicht da sind, Wohnraum, der nicht da ist, der nicht finanzierbar ist. Also man kann mal sagen, dass Tiernahrung schon seit bestimmt zehn Jahren die Tiernahrungsachse stärker abverkauft ist, wie die Kindernahrung sagt. Ja, über drei Millionen Haushalte, die haben einen Hund gekatzt, ne? Das sind alles Zahlen, die sprechen für sich, aber der Hund und die Katze wird halt nicht irgendwann die Arbeit übernehmen. Es ist halt einfach so und deswegen sind es Themen, denke ich, die wichtig sind und bei uns ist es einfach so, man kann ortsunabhängig arbeiten, man kann mit dem Camper durch die Welt hingeln und kann sich hier trotzdem ein Millionengeschäft aufbauen, je nachdem, welche Ambition man hat. Man muss es aber nicht. Man kann auch sagen, ey, 400 Euro reichen oder mir reichen die 2000 Euro, die ich so gerne hätte, netto, ne? Also man kann es machen, wie man möchte und im Endeffekt, wie Thomas sagt, man kann es remote tun und ich denke jetzt nicht nur daran, dass viele Kinder bekommen und müssen die früh in den Kindergarten geben und viele wollen das nicht mehr, weil viele sagen, ich bekomme nicht ein Kind, dass ich es in den Kindergarten gebe oder in den Hort, sondern ich möchte mein Kind selber, bis es auf jeden Fall mal drei Jahre ist, großziehen. Also wir haben riesige Sparte von Mamas, die wirklich bei uns arbeiten, aber ich denke auch einfach mal an die älteren Menschen, in der Situation, die wir jetzt gerade sind. Mein Opa, den muss man ein bisschen unterstützen und ich bin wirklich mehr als dankbar, dass wir wirklich für ihn mittags kochen können und ich da abends hingehen kann, kann ihn eincremen und morgens, also dass ich mir das ein bisschen einteilen kann, weil irgendwann sind unsere Großeltern und Eltern auch alt und es geht darum, die zu pflegen und zu betreuen und manchmal geht es nicht nur darum, dass man sagt, man will das, man will die selber betreuen, sondern manchmal ist es auch finanziell gar nicht anders möglich, weil wenn man sich mit dem ganzen Aspekt mal beschäftigt, wie teuer solche Pflegestätten sind, ist es auch wieder ein Punkt, wo man sagen muss, man hat hier einfach die Freiheit, das zu tun. Also je länger wir in dem Business sind, desto mehr Gründe, warum es einfach gut ist, wird man wirklich finden, weil es einfach auch die Zeit zeigt, dass es immer nötiger und immer mehr von Nöten wird, dass man umdenkt und sich auch vor allem ein eigenes sicheres Business aufbaut, wo man nicht zu große Risiken hat, weil ich sage mal so, die Pandemie hat es gezeigt, da kam der Lockdown, die, die sich vielleicht gerade selbstständig gemacht hatten, wir brauchen jetzt nicht darüber diskutieren, wie teuer es ist, ein eigenes Geschäft aufzumachen oder zu gründen, Egal, wenn ich jetzt mal vielleicht einen Friseurladen nehme, der vielleicht auch kleiner ist, ich habe keine Ahnung, was es kostet, den auszustatten, die Miete zu zahlen und die Mitarbeiter, also ich denke mal, mindestens 30.000 Euro, das reicht. Was ein Waschbecken für die Haare schon kostet, oder hast du noch ein Waschbecken am Arbeitsplatz selbst meistens noch, die Stühle sind achig teuer. Ja, also man hat einfach ziemlich viel Risiko dann auch dabei und dann kommt sowas wie der Lockdown und du darfst dann arbeiten, also wirklich die Hölle. Also wirklich die Hölle. Und dann, klar, der Staat hat Unterstützung gegeben, aber die mussten ja natürlich jetzt auch irgendwann wieder zurückgezahlt werden. Also von daher kannst du hier einfach dein eigenes Geschäft gründen und im Endeffekt hast du 0,0 Risiko, du musst auch nichts investieren. Also es ist wirklich, wirklich eigentlich unvorstellbar, dass man das kann. Und im Prinzip ist es einfach ein ganz klassischer Vertrieb. Wir haben wirklich nur die Aufgabe, einmal das Vertreiben vom Produkt und auf der anderen Seite ist auch der Aufbau einer Vertriebsstruktur. Du brauchst ja was in der Hand, aber wir verkaufen keine immateriellen Gegenstände wie Verdichtung oder sowas. Du brauchst... Im Gegenteil, wir haben Verbrauchsgüter. Du hast jetzt hier ein Desinfektionsmittel, du hast ein Alogel, du hast ein Shampoo, du hast eine Bodylotion, du hast ein Verbrauchsgut. Also auch da sind meiner Meinung nach schon wieder Plus dazu gekommen, weil du hast einfach Verbrauchsgüter, die leer gehen, also die jeder braucht, wie Zahncreme. Aber das Geile daran ist, wir haben Produkte naturbelassen, frei von Chemie, frei von, auf gut Deutsch gesagt, Sch. Also wirklich gesunde Sachen. Die Zahncreme kann ein Hund benutzen, die kann ein Baby benutzen, die kann ein Erwachsener benutzen, der Rentner, für alle geeignet. Und was richtig geil ist, wenn du einsteigst, kriegst du natürlich nochmal Prozente und für dich wird diese Zahncreme einfach günstiger, wie wenn du im Vergleich so eine im Drogeriemarkt kaufen würdest. Also das heißt, du hast nochmal einen Preisvorteil einfach bei den Produkten. Also wie gesagt, je länger wir dabei sind und je mehr in der Welt passiert, desto mehr Pros entstehen einfach für dieses Geschäft. Also es ist wirklich der helle Wahnsinn. Ja, ich kann es auch noch nicht verstehen, wenn wir jetzt auf dem Produktthema bleiben wollen, oder es gibt ja viele Gespräche, was macht ihr, oder wenn es dann konkreter wird, ah, das ist ja gar nichts für mich. Ich bin ja kein Verkäufer, ich bin keine Verkäuferin. Ey, the fact, du verkaufst deine Arbeitsleistung, egal was es ist, ob du jetzt ein Kranfahrer bist, ob du eine Krankgeschwächter bist, du bietest ja deine Arbeitsleistung an, bloß die sieht halt eben anders aus. Du verkaufst dich ja trotzdem, du willst ja gut vor deinem Chef dastehen, vor deiner Chefin, vor der Schichtleitung, wie auch immer. Da guckst du auch immer, dass du gut dastehst, willst Überstunden machen, springst du mal für den Mitarbeiter ein, wenn jemand ausfällt. Aber dann zu sagen, nee, so eine Lotion, das kann ich nicht verkaufen. Nee, aber the fact, du nützt jeden Tag eine Lotion. Aber, also, ganz kurz, da habe ich was ganz Gutes gehört, und zwar, es gibt ja tausende von Leuten, die Verkäufer, Einzelhändler sind oder am Vertrieb arbeiten, egal wie, ob Lebensmittel, Pharmazie, also die wirklich im Außendienst sind und verkaufen. Verkäufer, haben wir ganz viele. Oder wir haben ganz viele, die im Recruiting arbeiten oder Headhunter, die einfach Leute vermitteln oder die Leute fürs Unternehmen suchen. Wir haben viele, jede große Firma hat eine Personalabteilung, die Recruiting betreibt, die Werbung macht, die Leute anspricht, ob sie nicht bei ihnen anfangen wollen. Und da habe ich was richtig Gutes gehört. Für jemand Fremdes, der dir, keine Ahnung, im Monat, ich sage jetzt einfach mal, stell mal in den Raum, 5.000 bis 10.000 Euro bezahlt an Lohn, bist du bereit und machst es auch jeden Tag, 10, 12 Stunden länger zu arbeiten, Produkte zu verkaufen, ohne Ende, um Zahlen zu erfüllen und vielleicht noch eine Provision zu knacken oder Leute zu rekrutieren. Es gibt ja auch diese Systeme mittlerweile bei Firmen, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, dass man einfach sagt, wenn du einen Mitarbeiter reinbringst, kriegst du dafür eine Provision bezahlt. Also du bist Mitarbeiter bei der Deutschen Bahn, findest jemand, der auch da arbeiten möchte, dann kriegst du eine Provision bezahlt. Also du bist es alles bereit, für einen fremden Menschen zu tun, für einen Arbeitgeber, der für dich noch nicht mal ein Gesicht für den Vorstand, den du nicht in den Lernst du bist. Ja, weil meistens kennst du die Person ja gar nicht. Für den bist du bereit, deinen Arsch aufzureißen, das zu tun, dein Leben zu vernachlässigen, für vielleicht 5.000 bis 10.000 Euro im Monat. Aber für dich selber, um dein eigenes Geschäft aufzubauen, mal 5 Jahre reinzubeißen und für dich zu arbeiten und dann eine finanzielle Freiheit erlangt zu haben und da ist die Grenze nicht bei 10.000 Euro, ist die nicht erreicht. Wenn du willst, ist sie erreicht, auch weniger. Also du bestimmst es selber. Aber dafür ist man nicht bereit, da muss man sich überlegen, was ist man sich selbst wert, dass man sich, ich überspitze es jetzt mal, versklaven lässt, für einen Arbeitgeber, wie dass man es für sich selbst macht. Ja, ganz kurz, das ist ja schon mal gut angeschnitten, für jemand anderes, würden wir das machen. Es geht für mich immer auch einher, das Pyramidensystem. Ich kann das nicht verkaufen, aber das ist ein Pyramidensystem. Den ganzen Bullshit kann ich auch nicht mehr hören. Guck nur, wo wir herkommen, aus welcher Firma. Schneeballsystem. Pyramidensystem. Genau. Da hast du, das hast du nur von den Führungsebenen gesehen, da hast du das allersilbe. Also ich will erst mal dazu sagen, Schneeballsysteme sind in Deutschland verboten, weil in einem Schneeballsystem geht es darum, dass man Leute findet, die ein überteuertes, imaginäres Produkt kaufen. Also es gibt kein Produkt, sondern die kaufen sich mit einem Wert in die Firma ein und verdienen nur Geld, indem sie neue Leute finden, die sich in die Firma einkaufen. Also das gibt es bei uns in Deutschland nicht. Auch Ponsis. Bei uns auch nicht, weil wir haben Produkte und die werden verkauft. Also ein ganz normaler Vertrieb. Das einzigste, der einzigste Unterschied zu dem klassischen Handel ist, dass wir nach Leistung bezahlt werden. Das ist der einzigste Unterschied. Es gibt kein Grundgehalt, sondern du wirst nach Leistung bezahlt und du machst das auf eigenspendiger Basis. Das ist der dringende Punkt. Die suchen ja die Krümel. Ich bin kein Verkäufer, das ist ein Pyramide-System, ein Schneeballsystem, wie auch immer. Die sind nicht bereit, auch nur zwei Minuten drüber zu sprechen, was für eine geile Zahncreme die benutzen. Nee, die sagen, geh in die DM, kauf die für 90 Penning. Die ist voll mit irgendwelchen Fluoriden, mit Chemikalien, bla bla bla. Nee, sprich doch einfach über deine positiven Erfahrungen und dann kannst du dir was aufbauen. Das war's. Wenn du einen guten Italiener bei dir in der Stadt hast, dann gehst du auch hin und sagst, ey, der Luigi, der hat die beste Pizza, der hat die beste Pasta, der hat ein Chianti und dann ein Grappa hinterher. Das sagst du auch. Oder der letzte Kinofilm, der war so toll, du musst dich auch angucken. Aber für dich selber willst du nichts empfehlen. Oder die Netflix-Serie. Das ist der nächste Kram. Oder hier, hör meine Spotify-Playlist, hör meine Apple-Music-Playlist. Jebate Isus. Warum? Mach doch was für dich. Aber die meisten wollen ja für sich selbst keine Verantwortung übernehmen. Ja, und auf das, was der Dommer hinaus wollte mit dem Pyramidensystem, also jeder Arbeitgeber ist wie eine Pyramide aufgebaut. Du hast hier oben den Gründer, den Chef oder den Vorstand, je nachdem, was für ein Geschäft es ist, ob es jetzt eine AG ist oder eine GmbH oder was auch immer. Ich bin als gemaltiger Hausleiter, ich stehe da auf der Forbes-Liste. So, und dann bricht sich das runter auf die Ebenen. Also wenn ich jetzt überlege, ja, Dommer sagt Filialeiter, dann kam ich als Verkaufsleiter, dann kommt Geschäftsführer, dann kommt, sage ich mal, der Länderschef und dann kommt der Vorstand, also dann kommt der Vorstand, Vertrieb, oder die Stiftung, wie auch immer. Also es ist eine Pyramide und in diesen Stufen verdient auch jeder Anlass da. Also je höher, desto mehr wird verdient. Je höher, ich meine, klar, desto mehr Verantwortung, desto mehr Arbeit, aber je höher wird auch verdient. Und bei uns ist es im Prinzip nicht so. Du kannst auch deinen Chef überholen. Also wenn du jetzt bei uns anfängst, und bist mega fleißig und haust voll rein, dann kannst du uns locker flockig überholen. Also es gibt nicht dieses, du hast unter mir angefangen. Nein, du kannst deinen eigenen Weg beschreiben. Auch die Ellenbogen ist es auch nicht. Nein, es gibt keine Ellenbogen. Wir freuen uns, wenn du uns überholst, weil natürlich, einen kleinen Anteil davon haben wir natürlich auch, dass wir dich ins Geschäft gebracht haben. Aber wie kann es sein, dass du an mir verdienst? Was soll das? Ja. Auch wenn das nur ein Prozent ist, ich gönne dir diesen Prozent nicht. Was soll das? Ja, die Leute gönnen dir nicht mal die Scheiße unter dem Fingernagel, ganz ehrlich. Ja, dieses eine Prozent, das können sie nicht mal beziffern, die sagen, du verdienst dir an mir. What the fuck, Alter, dein ganzer Chef, deine ganze fucking Abteilung. Wobei, man dazu sagen muss auch wieder, in der normalen Wirtschaft sind die Leute froh, wenn sie durch Vitamin B in eine Firma kommen, weil zum Teil kommst du ohne Vitamin B gar nicht mehr in eine Firma und dann bist du ja froh, wenn der Onkel Ludwig dich in die, nenne ich mal, Firma mit vier Buchstaben, die hier in der Pfalz vertreten ist, bringt, ne, und vielleicht daran auch noch ein bisschen was Provision verdient, weil er dich eben reingebracht hat, weil es keine Arbeitskräfte mehr gibt, ne. Aber ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also, du kannst uns überholen, du kannst auch mehr verdienen, wie derjenige, der dich ins Geschäft gebracht hat, da ist nichts gedeckelt und der, der arbeitet, verdient immer das meiste. Also, was Faireres gibt es gar nicht. Wenn du viel arbeitest, verdienst du den Hauptanteil. Ja, wir verdienen ein kleines Stück an dir, weil wir dich einfach ins Geschäft gebracht haben, aber die Prozentsätze sind wesentlich geringer wie das, was du verdienst in deinem Geschäft für das, was du arbeitest. Also, was Faireres gibt es gar nicht. Also, wie gesagt, du bestimmst hier selbst. Und, ich will auch noch mal anmerken, es sind ganz viele Coaches da draußen, Persönlichkeitsentwickler. Du bekommst bei uns wirklich das Thema Persönlichkeitsentwicklung gratis dazu. Und das ist so was von unbezahlbar, weil ich kann euch sagen, ich saß schon bei mehreren Coaches in diesen kostenlosen Webinaren, die ja immer angeboten werden und von dem kostenlosen kommt es ja dann irgendwann in dieses jetzt kannst du das Seminar kaufen und ich kann euch wirklich sagen, wir reden da von fünfstelligen Beträgen meistens. Also, ich saß in einem Seminar, da ging es um das Thema Verkauf, da hieß es, buche jetzt für ein Jahr die Persönlichkeitsentwicklung und du hast ein geiles Umfeld für 30.000 Euro. Ja, ich gucke, komplett, komplett. Bei uns hast du ein positives Umfeld gratis, eine kostenlose Persönlichkeitsentwicklung, alles was wir gelernt haben, gehen wir natürlich eins zu eins weiter, aber nicht nur wir, sondern auch die Leute, mit denen wir arbeiten, auch unsere Ableihen wiederum. Man hilft sich gegenseitig, auch wenn man nicht aneinander verdient und man muss dazu sagen, du arbeitest hier mit, wir sind richtige Führungskräfte, unsere Aufgabe war es, Führungskräfte zu erw entwickeln, ein Team zu führen und du arbeitest mit uns zusammen. Natürlich haben wir aus der Praxis raus zehn Jahre Erfahrung, die bringen wir natürlich gratis mit und davon profitierst du auch. Also es ist wirklich nur eine Win-Win-Win-Win-Situation und ich glaube, keiner von uns kann es verstehen, wenn jemand sagt, oder natürlich kann es auch nichts für dich sein, ne? Natürlich, ja, ja. Aber sich das Ganze noch nicht mal anzuhören, das ist schon verrückt. Aber es kann halt eben nichts für dich sein, wenn du dich selber nicht organisieren kannst oder willst, Aber selbst da unterstützen wir. Ja, aber die meisten brauchen ein System, wo sie sagen, ich fange morgens um sechs an und habe bis dann bis 14 Uhr meine Schicht und dann gehe ich nach Hause und dann mache ich einen Kopf aus, dann schalte ich da wieder ab. Man muss sich schon ein Stück weit selbst organisieren können und auch Lust haben. Das zu tun, was verlangt wird, ja. Ja, es geht auch immer, diese Lahmsprüche, diese Extrameile zu gehen, auch mal in die Schmerzneid zu gehen und weiterzumachen. Aber das macht halt einen riesen Unterschied. Dann kannst du dich nach wie vor aufs Wochenende freuen, ja. Wenn du nach altem Schema arbeiten willst, du kannst dann sagen, oh, ich bin wieder fucking Monday, ich hasse Montage und Mittwoch ist der Vize, was weiß ich nicht, Donnerstag ist der Vize-Freitag. Genau das ist so ein dämlichen Kram, wie sich die Leute da draußen selber gegenseitig runterziehen. Also ich wüsste, wann hattest du das letzte Mal das Gefühl, es ist schon wieder Montag, verdammt. So, und das gibt es eigentlich nicht mehr, ja. Du machst deine Arbeit und, 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 ja, tust es einfach. Du sagst nicht, ach Gott, jetzt habe ich meinen Chef wieder da, meine Mitarbeiter, die nicht funktionieren, wer hat sich jetzt wieder krank gemeldet? Oh mein Gott, wenn ich überlege, damals in der Filiale, wenn sich da jemand krank gemeldet, also, oder auch Streikphase war, Streik war ja irgendwie komplett, komplett Baller im Kopf. Was du da dir hast, an Überstunden noch reingeballert und hast gehofft und gebetet und gefläht, dass alles funktioniert, haben wir nicht mehr. Ja, aber vor allem hast du was Richtiges gesagt, System, weil wir haben nämlich ein funktionierendes System hier. Also es ist nicht so, dass du jetzt hier dein Geschäft startest und weißt nicht, was du getan hast, sondern wir haben wirklich eine kostenlose Ausbildungsplattform, wo du dir Stück für Stück Videos anschaust, was du zu tun hast, wo du eingearbeitet wirst, zum Thema Produktkenntnis, aber auch natürlich zum Thema Marketingplan, Team, Struktur, Aufbau. Du hast mit uns 1 zu 1 Gespräche, beziehungsweise 2 zu 1 Gespräche oder natürlich auch gerne mit deinem Partner dann 2 zu 2 Gespräche, wo du gecoacht wirst. Wir helfen dir natürlich, wir lassen sich da nicht hängen, wir unterstützen dich natürlich bei deinen ersten Produktverkäufen, auch bei deinen ersten Geschäftspräsentationen. Also du hast immer Know-how von erfahrenen Menschen mit dabei. Wir haben Heilpraktiker im Team, wir haben Kosmetiker im Team, wir haben Friseure im Team. Also wirklich Fachkräfte, die mit unseren Produkten seit Jahren arbeiten. Jahrzehnten. Ja, oder Jahrzehnten. Und ja, es kann im Prinzip nichts schief gehen und du hast diese Ausbildung auch noch mit gratis dazu, weil natürlich mit Braun und anderen darüber diskutieren, das Gras ist nicht überall grün und es gibt auch schwarze Schafe in der Branche. Es gibt ganz viele, die wollen einfach nur, sage ich mal, schnelles Geld machen, schnelles Geld, wollen Leute einschreiben, haben selber vom Tuten und Blasen keine Ahnung, arbeiten die Leute nicht ein und natürlich ist man dann gefrustet und hat vielleicht schon mal negative Erfahrungen mit dem Thema Network Marketing gemacht und ich glaube, das hat fast jeder, weil selbst wir hatten das vorher, also zumindest ich, hatte vorher schon eine negative Erfahrung gemacht. Deswegen, ja, auch das ist dir garantiert. Deswegen, also sich anschauen kostet nichts, dann müssen wir erst mal schauen, ob wir zusammenpassen, weil ganz klar ist für uns auch eins, wir arbeiten auch nicht mit jedem, weil wir haben wirklich eine große Breite an Know-how zu vergeben. Wie gesagt, wir verbringen viel Zeit mit euch, das ist unsere Lebenszeit, die wir mit euch verbringen, die wir mit euch, die wir in euch investieren, die wir zusammen ins Team investieren und das wollen wir auch nicht mit jedem. Für uns ist wichtig, dass jemand eine positive Einstellung zum Leben hat und vor allem lernbereit ist. Also so das Thema Neinsager und immer aber, 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 das geht für mich gar nicht, sage ich so, wie es ist. Oder das kommt mir gerade in den Kopf geschlossen, ich bin zu alt dafür. Ja, aber auch, was ist denn das für eine Denkweise? Immer, ne, also jemand, der nicht will, der findet immer einen Grund, der findet immer was Negatives, ne. Also für mich ist das Glas halb voll, für Dommer auch und es muss für dich zwingend auch halb voll sein. Du musst wirklich positiv denken, du musst bereit sein, die extra Meile zu gehen, ja, auch wenn es ein lapidarer Spruch ist, ja, und einfach das umzusetzen, was wir dir sagen, positiv zu sein und vor allem lernbereit. Also auch, wenn du heute noch nicht fröhlich bist, wir haben so viele Instrumente, wie du es schaffen kannst, wirklich ein positives Mindset zu haben, positives Gefühl zu haben, da täglich daran zu arbeiten, aber tun musst du es und du musst eben bereit sein, es zu tun. Es ist total egal, welchen Hintergrund du mitbringst, ob du jetzt aus dem handwerklichen Bereich kommst oder ob du jetzt aus einem akademischen Bereich kommst. Aus der Pflege. Es ist wirklich egal, wichtig ist aber, dass die Basis einfach stimmt, diese Grundeinstellung und dass wir zueinander passen und dann können wir zusammen etwas aufbauen und wenn nicht, dann eben auch nicht, aber das kann man halt auch nur rausfinden, wenn man mal zusammen ein Gespräch geführt hat und sich mal kennengelernt hat, ob man die Reise zusammen beginnen möchte und wenn man die Reise zusammen beginnt, dann ist es auch manchmal wirklich eine Reise fürs Leben und man sucht sich natürlich die Leute aus, mit denen man seine Lebenszeit verbringt. Aber da bist du auch in der Position, du kannst es ja, auf der Arbeit kannst du es nicht aussuchen, wer jetzt links und rechts von dir steht, mit dem du zusammen arbeitest. Wahrscheinlich gibt es da draußen so viele Beispiele, jetzt muss ich diese Fresse wieder sehen, du kannst es aussuchen. Klar, wie sich etwas entwickelt, ist immer was anderes. Menschen sind von Grund aus unterschiedlich, aber du bist in der Position, dir auszusuchen, mit wem du zusammen schaffen willst und machst das auch in deinem eigenen Tempo, würde ich mal schon behaupten. Und jetzt kann man sagen, das klingt ja ganz schön arrogant, aber es ist nicht arrogant, sondern wir haben einfach, wir haben ein gewisses Alter, wir haben eine gewisse Praxiserfahrung, wir haben ein gewisses Know-how, das hat uns viel Zeit, Blut, Geld und Nerven gekostet, die Menschen zu sein, die wir heute sind. Dafür sind wir dankbar und das möchten wir einfach auch nur mit Menschen teilen, die das zu schätzen wissen. Und dann möchte ich einen ganz wichtigen Aspekt reinwerfen, das Thema Gesundheit. Gesundheit fängt im Kopf an und ein positives Umfeld kann dir einfach enorm dazu verhelfen, gesund zu sein, weil du einfach positive Gedanken hast. Also es ist ja kein Geheimnis mehr, dass zum Beispiel Krebs auch durch psychische Erkrankungen entsteht und dass viele Krankheiten, egal ob es diverse Hautkrankheiten sind, Magengeschwüre, egal was, dass es einfach von Stress, von der Psyche kommt und ein negatives oder einfach ein schlechtes Umfeld kann sehr viel dazu beitragen, dass es dir gesundheitlich nicht gut geht und dann kostet es dich viel Geld, wenn du krank bist, weil, wie gesagt, ein Kranker hat nur einen Wunsch, gesund sein. Und ja, dann musst du halt viel Geld in deine Gesundheit investieren und das kann man sich ersparen, wenn man einfach ein positives Umfeld hat und man lebt einfach gesünder und deswegen ist es uns eben auch so wichtig. Ja, ich meine, das Thema Umfeld ist ja auch noch ein Thema, was wichtig ist eigentlich. Bist du in einem Umfeld, die dir das gönnen, die dich wachsen sehen wollen? Das klingt alles sehr, 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 sehr mentorlastig und coachlastig. Aber ist es wirklich die Clique, in der du groß geworden bist, aufgewachsen bist, auf deiner Schule und weiterführenden Schulen oder was weiß ich, Berufsschulklasse, ist es die Clique, die Bock hat, dich scheinen zu sehen oder lachen die über dich. Ja, der hat es eh nicht drauf, der packt es eh nicht. Wo siehst du dich da? Ist es das Umfeld, was du brauchst? Ja, dich selber runterzubuttern, nur weil jemand das über dich denkt. Und das beste Beispiel ist immer noch mein Lieblingsmathelehrer aus der Berufsschule, aus der Berufsschule, der der gesamten Klasse gesagt hat, aus euch spielt nur nicht mal ein Mechatroniker, ihr könnt nicht mal drei und drei zusammenrechnen. So, und dann sehen wir uns ein paar Jahre später im Studium, ja, Mathematik, höhere Mathematik, lineare Optimierung, lauter so komische Ferts, konnte ich einwandfrei rechnen. Es geht auch immer darum, wer bringt es dir halt eben bei. So, aber hätte ich dem jetzt Glauben geschenkt, dann hätte ich mich da selber runter gemacht, hätte ich wahrscheinlich mein Leben lang gedacht, okay, ich kann keine drei und drei zusammenrechnen. Ja, so mal ein ganz, ganz salopes Beispiel darüber, ne. Was ist dein Umfeld, was machst du halt eben daraus? Ja, oder fühlst du dich dann halt eben auch wohl in dem Umfeld, und es ist für dich bequem, da nicht auszubrechen, weil, ja, es für dich einfacher ist, nicht anzuecken und so weiterzumachen, ja, bevor du halt eben auffallst, ne. Das ist halt eben so das Ding. Wie machst du weiter? Ich sage es auch dir, für mich hat das Thema, also das Thema Mindset und das Thema Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, vor allem positiv denken, eine wichtige Rolle gespielt, auch schon in meinem alten Job. Also sobald ich, sage ich mal, in die Position Verkaufsleiter gegangen bin, habe ich angefangen, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten, Dinge aus der Vergangenheit abzulegen. Warum? Weil ich finde es exorbitant wichtig als Führungskraft, dass man neutral ist, dass man nicht voreingenommen ist und dass man einfach in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und ein faires Team aufzubauen und Leute aufzubauen und zu unterstützen und nicht wie viele das Thema Führen verstehen, Leute fertig zu machen, weil Führen mit Angst kann jeder von uns. Ich habe einen höheren Pickel wie du und deswegen erzähle ich dir dreimal, dass ich dich rausschmeiße, wenn du nicht so spurst. Das kann jeder, dafür braucht man nur nicht mal Abitur. Aber wirklich Leute entwickeln, Leute wachsen zu sehen, Leuten Mut machen, Leuten helfen, schnell Entscheidungen zu treffen, Leuten helfen, wieder andere Leute auszubilden und sich das anzuschauen. Das macht stolz und das kann nicht jeder und deswegen habe ich einfach mit diesem Thema schon frühzeitig angefangen und bin auch schon früher um drei Uhr morgens aufgestanden, um eine Stunde in mein positives Mindset zu investieren und einfach dankbar zu sein, meine Ziele zu stecken und jede erfolgreiche Person, die ihr kennt, ob das Steve Jobs ist, ob das Bill Gates ist, Ofra Winfrey, wenn ihr euch die Biografien von den Leuten anguckt, ist es genau das, was den Unterschied macht, weil die morgens diese Zeit investieren in sich selber und somit erreichen sie auch ihre Ziele und wie das alles geht, wie gesagt, das bekommt ihr gerade mit uns dazu und es ist wichtig, dass man einfach in sich investiert, aber wenn man dann ein schlechtes Umfeld hat, ist es natürlich, man investiert auf der einen Seite Zeit für positives Denken, Dankbarkeit und so weiter und kommt dann in ein negatives Umfeld, wo man dann im Prinzip kämpft mit Argumenten gegen die Negativität, die die Menschen haben und letzten Endes, egal ob man will oder nicht, irgendwie zieht es einen doch ein Stück weit runter und deswegen ist es einfach wichtig, selber für sich was zu tun und zu achten, welche Menschen umgeben mich. Es geht jetzt nicht darum, dass du jetzt in eine Sucht verfällst und die Leute um dich herum versuchen, dich aufzuhalten. Das ist ein ganz anderes Thema. Klar, verstehen es die Leute wahrscheinlich auch erstmal nicht, ey, also jetzt mal über mich gesprochen, der Domachter verändert sich, der ist ja gar nicht mehr so wie früher, der ist komisch, ist der noch normal, ja, warum trinkt der nicht mehr, warum macht er keine Party-Martin mehr, warum macht er dies nicht, Aber das heißt jetzt nicht, dass man bei uns nichts trinken darf und keine Party hat. Ah ja, das ist einfach nur so der eigene Grad der Entwicklung. Auch das Thema nochmal, Pyramidensystem, Schneeballsystem, für mich ist das eigentlich, wenn das jemand sagt, sage ich, okay, ist in Ordnung. Du hast wahrscheinlich deine Vorstellung, ich werde dich nicht mehr umprogrammieren können, ich kann dich nicht darüber übertragen. Nein, also auf jeden Fall solltest du nicht mit Leuten diskutieren, also so Leute wollen wir gar nicht, also um Gottes Willen soll der ja seinen Weg gehen und soll leben, aber uns ja in Ruhe lassen. Darum geht es. So jemand würde uns nur unnötig Zeit kosten, wir wollen keine Leute verändern oder sonst was tun, sondern wir wollen mit Leuten arbeiten, die Bock darauf haben, wie gesagt, die positiv sind und ganz ehrlich, ich diskutiere ja auch nicht, keine Ahnung, mit meinen Bekannten über deren Job, also ich diskutiere nicht mit meiner Freundin, warum sie Friseurin ist und warum sie sich das gibt, so viele Stunden zu arbeiten und so wenig zu verdienen. Warum akzeptiert man dann so Sachen? Ich diskutiere auch mit niemandem, der weiß ich nicht, was macht, der Alkohol verkauft oder ich weiß es nicht, also ich diskutiere auch nicht mit den Leuten über meinen Job, das ist mein Job und fertig, aus Schluss und wenn es dir nicht passt, hast du Pech gehabt und mit dir arbeiten sowieso schon gar nicht, wenn du so eine Einstellung hast. Ja, die Leute vergessen halt eben, es ist nicht immer nur der eigene Mikrokosmos, wir sind ja alle irgendwo zusammen, aber dann immer davon auszugehen, dass die Person gegenüber genauso ist wie eine selbst, komm, sag ich, geh. Also man muss nicht jeden ins Geschäft bringen, also wenn man denkt, man muss jetzt hier jeden anquatschen von Verwandten über Freunde über sonst was, natürlich kann man das, natürlich spricht man mit den Leuten darüber, wenn man, also man redet ja generell, also ich rede doch auch von meiner Arbeit oder rede doch von irgendwas, was ich benutze und so redet man eben auch, man kommuniziert. Ich würde doch lieber mit meinem Bruder zusammenarbeiten, bevor ich schon Fremden fahre. Ja, aber man redet darüber und erzählt, wie es ist und vielleicht gefällt es dem anderen oder es gefällt ihm nicht, aber generell muss ich aber auch nicht mit meinem Bruder arbeiten, ne, also ich meine, ich muss auch nicht mit meiner, also ich muss gar nichts, ich kann mit dem, wo ich will und es geht auch nicht darum, jeden anzubatschen und jeden anzudingsen, ich meine, ich persönlich sage halt, wir haben einfach die besten Produkte, das ist so, und für mich ist es unterlassene Hilfeleistung, wenn ich den Leuten nicht von den Produkten erzähle. Natürlich braucht man ja darüber diskutieren, dass es nicht jeder wissen will, aber ich habe meine Pflicht erfüllt, ich habe denen davon erzählt oder ich habe es versucht und sie wollten es sich nicht anhören, dann kann ich auch nichts dafür, wenn man sich zu diversen Dingen nicht helfen lässt, ne, weil die Produkte, wie gesagt, sind einfach mega gut. Genauso mit dem Thema Geld. Viele jammern, sie haben kein Geld. Ich spreche dich an, ich sage dir, es gibt eine Möglichkeit, du willst nicht, okay, aber ich habe dir geholfen. Also ich kann mir nicht vorwerfen, dass ich nicht bereit dazu war, dir zu helfen, in eine bessere Situation, aber du wolltest nicht, das ist deine Entscheidung, ist auch okay, deswegen hat man ja mit den Leuten keinen Streit, aber, kann passieren, aber das Umfeld, ja, wenn, das Umfeld wird sich, man ändert sich zwangsläufig, aber jeder Mensch ändert sich ja hoffentlich durch Erfahrungen, die er im Leben macht und auch das Umfeld wird sich ändern, aber das sind ja alles Dinge, dafür muss man erst mal angefangen haben, deswegen, das ist unsere Geschichte dazu, meldet euch einfach bei uns und hört es euch mal an, mehr kann ich nicht sagen. Hatten wir jetzt einen roten Faden? Klar. War der klar erkennbar? Genau, meldet euch, wenn ihr wisst, warum, das Warum muss ja stark genug sein, wenn man etwas ändern möchte, dein Warum war stark genug, Neujahrsvorsitz zu haben, ins Fitnessstudio zu gehen, dein Warum war stark genug, dich schick zu machen für eine Party, dein Warum war stark genug, um irgendwas in deinem Leben zu erreichen, Fahrrad fahren zu lernen, schwimmen zu lernen, und was ist dein Warum, warum du etwas ändern willst. Wenn du was bis hierhin zugehört hast und uns sympathisch findest, melde dich einfach bei uns, vielleicht werden wir ja Freunde fürs Leben oder beziehungsweise Teampartner, Teamkollegen fürs Leben. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, die Glocke aktivieren, teilt das Ganze und ciao.